In diesem Film möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit der BookFactory Software ein Acrylposter erstellen können. Das ist das Titelbild, das Einstiegsbild, wenn Sie die Software öffnen. Wir gehen hier auf Weiter und ich gehe auf Wandbilder. Unter Wandbildern finden Sie die Möglichkeit Acrylglas zu bestellen, also ein Acrylglasposter mit Halterung. Ich wähle das an, gehe auf Weiter und kann das Format auswählen, mit welchem ich ein solches Acrylglas bestellen möchte. Unter Ausrichtung gehe ich auf Querformat und sage Projekt erstellen. Es erscheint eine Vorschau, wo Sie gleich die Wandhalterung mit in dieser Abbildung erkennen können. Und ich gehe jetzt auf meine Fotos hier rechts unten. Durch Klicken auf das Plus ganz rechts oben können Sie entweder Ihren Computer, also einen Ordner auf Ihrem Computer finden, oder Sie können auf iPhoto Library. Ich gehe mal zu Beginn auf meine iPhoto Library und jetzt ist es wichtig zu wissen, dass wenn ich zum Beispiel hier ein Ereignis anwähle mit diesen fünf Bildern, dann erscheint hier hinten ein Abfalleimer. Und das bedeutet, jetzt sind die angewählt. Also machen Sie nicht einen Doppelklick, sondern gehen Sie einfach auf Fertig, um diese fünf Bilder nun ausgewählt zu haben. Wenn Sie diese nicht möchten und sich für etwas anderes entscheiden möchten, gehen Sie auf den Abfalleimer und die Bilder werden aus der Auswahl herausgenommen. Ich gehe jetzt mal auf meinen Computer und habe mir auf dem Schreibtisch hier einen Ordner vorbereitet, in dem ich mögliche Bilder für ein Poster habe. Ich habe hier vier Bilder in diesem Ordner drin und wähle jetzt einfach mit Drag & Drop auf dieses Fenster ein Poster aus. Ich kann nun durch Doppelklick jederzeit den Ausschnitt wählen. Sie sehen hier, und ich habe die Möglichkeit auch, das Bild noch etwas zu verkleinern oder zu vergrößern. Sie sehen hier, es passt sich natürlich an das Bestmögliche an. Also das heißt, dass das ganze Bild ausgefüllt ist, ist es jetzt in etwa so positioniert. Ich kann auf Anwenden gehen und nun die Bestellung ausführen. Ich möchte Ihnen eine weitere Möglichkeit zeigen, wie Sie Bilder in diese Software hereinziehen können. Und das ist direkt vom Schreibtisch her. Ich habe hier eines vorbereitet und kann einfach mit Ziehen auf diese Vorschau das Bild ersetzen. Nun erscheint ein roter Balken und da können Sie erkennen, niedrige Auflösung. Bei einem Acrylposter von 75 x 100 cm ist es so, dass Sie wirklich eine hohe Auflösung benötigen für ein Bild und dieses Bild mit einer qualitativ hochwertigen Kamera erstellen sollten. Ich zeige Ihnen mal, welche Auflösung dieses Bild hat, was jetzt nicht ausreichend ist. Dazu werde ich jetzt Photoshop öffnen und ich gehe unter Bild, Bildgröße. Und da erkennt man, obwohl dieses Bild eine Breite von 40 cm und beinahe 20 cm Höhe hat und 300 dpi Auflösung, reicht dieses Bild nicht mit der Auflösung für ein solches Acrylglas Poster. Also ganz wichtig, wenn Sie ein solches Poster machen möchten, achten Sie darauf, dass Sie genügend Auflösung bei der Aufnahme Ihres Bildes haben. Bis zum nächsten Mal.